Schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Docks.TV. Mein Name ist Melanie und meine Amy, die hat es sich heute auf dem Boden bequem gemacht. Als Welpenbesitzer, da kannst du von Anfang an alles richtig machen. Herzlichen Glückwunsch. Aber wie macht man überhaupt alles richtig? Ich erkläre dir heute in diesem Video die Fehler fallen, in die fast jeder Welpenbesitzer tappt und damit unbewusst selber, also höchstpersönlich, unerwünschte Verhaltensweisen ins Leben ruft. Und Tipps für den richtigen Umgang ab Tag 1 kriegst du natürlich auch. Wenn du kein Video mehr von uns verpassen möchtest, dann drück jetzt noch den Abonnieren-Button und dann geht's auch schon los. Ein Welpe ist klein, leicht, handlich und stellt weder für andere Tiere eine Gefahr dar, noch für Menschen. Alles gute Argumente, die Erziehung erstmal nach hinten zu schieben. Und genau damit sorgst du höchstpersönlich dafür, dass das Verhalten deines Welpen spätestens im Junghundalter mit ca. 5-6 Monaten immer mehr aus dem Ruder läuft. Dein Welpe soll sich willkommen fühlen und darf sich darum von Beginn an frei durch alle Räume der Wohnung und auch den Garten bewegen. Mein Haus ist dein Haus, ist eine nett gemeinte Willkommensgeste, signalisiert deinem frisch eingezogenen Welpen aber, für all das trägst du zukünftig die Verantwortung. Anfänglich, da tappst dein Welpe noch eher verschüchtert durch das neue Territorium, aber einige Tage später, da platzt der Knoten und er bellt zum ersten Mal die Nachbarn am Gartenzaun. Noch findest du das niedlich. Auch in der Wohnung gibt dein Welpe Vollgas und du bist in lieben langen Tag damit beschäftigt, ihm verbotene Dinge aus dem Maul zu angeln. Dein Welpe lernt, ich stehe andauernd im Fokus und mein Mensch will immer das haben, was ich gerade habe. Anscheinend spiele ich in dieser Familie eine sehr zentrale Rolle. Für die Eingewöhnungsphase hast du ein paar Wochen Urlaub genommen und dass dein Welpe dir innerhalb der Wohnung wie ein kleiner Schatten hinterherläuft, genießt du. So schön es auch ist, es kommt der Tag, an dem du auch mal ohne deinen Welpen den Raum verlassen möchtest. Und da dir dein Welpe bisher aber, wann immer er wollte, folgen durfte, lässt er sie nicht abschütteln, weshalb dir nichts anderes übrig bleibt, als die Tür hinter dir zu schließen. Du hast dein Ziel erreicht, dein Welpe aber versteht die Welt nicht mehr, weil die geschlossene Tür nichts an dem Bedürfnis ändert, dir folgen zu wollen. Genau das hast du deinem Welpen schließlich höchstpersönlich beigebracht während der letzten Wochen. Zusätzlich stellst du fest, dass dein Welpe von Tag zu Tag unruhiger wird, beziehungsweise entspannt er sich nur, wenn auch du über einen längeren Zeitraum an einem Ort verweilst. Sobald du dich in Bewegung setzt, ist dein Jungspund sofort hellwach und heftet sich an deine Fersen. Es ist wie es ist, mittlerweile bist du davon überzeugt, dass der agilste Welpe des ganzen Wurfs bei dir eingezogen ist und du versuchst, seine Energie täglich durch actionreiche Aktivitäten abzubauen. Dein Welpe liebt das und zeigt seine Freude durch übermütiges Zwicken, Knurren, Bellen oder Anspringen. Damit ihm zwischen den Aktivitäten mit dir nicht langweilig wird, liegt diverses Spielzeug rum, mit dem er sich wann immer er möchte beschäftigen kann. Dass er sein Spielzeug hier und da auch mal knurrend für sich beansprucht, findest du putzig, weil du dir sicher bist, dass diese Flausen mit steigendem Alter von selber verschwinden. Während der ersten Tage ging dein Welpe nur zögerlich spazieren, aber mittlerweile trabt er fröhlich vor dir her. Du folgst ihm zufrieden, denn er soll ja Freude am Spaziergang haben. Wieder mal meinst du es gut, ebnest aber den Weg für neue Probleme, weil dein Welpe lernt, mein Mensch ist ein sehr passiver Begleiter und überlässt es mir, ihn an der Leine zu führen. Durch diese Lernerfahrung blendet dein Welpe dich mit steigendem Alter immer häufiger aus und die Spaziergänge werden von Tag zu Tag anstrengender. Unser Online-Kurs Bleib mal locker Leine bietet dir umfangreiches Wissen rund um die lockere Leine, also schau da gerne mal vorbei. Den Link zum Kurs findest du in der Videobeschreibung. Damit dein Welpe lernt, sich anderen Artgenossen gegenüber sozial zu verhalten, lässt du Kontakte zu euch begegnenden Artgenossen gerne zu. Der Gedanke dahinter ist nicht verkehrt, aber Kontakt zu Artgenossen, deren Sozialverhalten du nicht kennst, kann Unsicherheiten oder auch aggressives Verhalten bei deinem Hund ins Leben rufen. Im hier eingeblendeten Beitrag, da erfährst du, wann Kontakt zu Artgenossen sinnvoll ist und wann du lieber darauf verzichten solltest. Lass mich auch gerne in den Kommentaren wissen, ob du vielleicht schon in eine oder mehrere der Fehlerfallen getappt bist und dann kommen wir nach einer kurzen Zusammenfassung dann zu den Tipps für den perfekten Start. Frisch bei dir eingezogen, findet sich dein Welpe plötzlich in einer völlig neuen Welt wieder. Lass ihn während der ersten Tage und Nächte darum nicht allein, damit er Vertrauen in dich und in sein neues Umfeld aufbauen kann. Haltet euch anfänglich vornehmlich in einem Raum auf und wenn du deinem Welpen mal nicht die volle Aufmerksamkeit schenken kannst, bringst du ihn beispielsweise in einem Welpengitter unter. Einerseits schützt du ihn davor, Unsinn anzustellen und andererseits lernt er, dass es zum Leben dazugehört, auch mal ein paar Meter von dir getrennt zu sein. Das ist eine wichtige Vorarbeit für das Alleinbleib-Training. Für die Nächte platzierst du entweder ein gemütliches Körbchen oder auch eine Hundebox direkt neben deinen Schlafplatz oder nimmst deinen Welpen mit ins Bett, jeder so wie er es mag. Achte zusätzlich von Anfang an auf Ruhephasen von ca. 17 bis 20 Stunden täglich. Diese Zeit braucht dein Welpe, um all die neuen Reize zu verarbeiten, denn es heißt nicht umsonst, nach müde kommt doof. Räum Spielzeug während der Ruhephasen weg, damit dein Welpe sich nicht künstlich wach hält. Ausnahme ist ein geeigneter Kauartikel, mit dem man sich während des Zahnwechsels Linderung verschaffen kann. Ebenso verzichtest du innerhalb der nächsten Wochen auf alles, was dein Welpen in starke Aufregung versetzt, weil Aufregung unerwünschte Verhaltensweisen begünstigt. Auf der roten Liste stehen beispielsweise wilde Renn- oder Ballspiele oder auch Zerspiele, weil die zudem die empfindlichen Welpenzähne schädigen können. Beschäftige deinen Welpen stattdessen sinnvoll, zum Beispiel in Form von konzentrierten Such- oder Apportierspielen. Bei der Erziehung gibt es keinen Welpenschutz, das heißt, was du bei deinem Erwachsenenhund später nicht möchtest, darf auch dein Welpe nicht. Nehmen wir mal Futter als Beispiel. Nähert sich dein Welpe dir unaufgefordert, weil du ein Futterstück in der Hand hast, dann verschließ die Hand wortlos an Ort und Stelle und warte ab, bis dein Welpe sich von allein zurücknimmt. Erst dann geht die Hand auf und dein Welpe darf das Futterstück fressen. Durch dein wortloses Handeln speichert dein Welpe ab. Fordernes Verhalten wie Stupsen, Knabbern, Kratzen bringt mich nicht zum Ziel, Zurückhaltung aber schon. Das merke ich mir für die Zukunft. Das gleiche gilt für den Futternapf. Rempelt dein Welpe dir den Napf vor lauter Fressgier halb aus der Hand, dann lass ihn auch da zukünftig selbstständig mit an der richtigen Lösung arbeiten. Nähert sich dein Welpe ungefragt, dann geht der Napf einfach wieder kommentarlos nach oben. Anschließend führst du den Napf zurück Richtung Boden und diesen Vorgang wiederholst du, bis dein Welpe kurz von sich aus an Ort und Stelle verweilt, du den Napf auf dem Boden abstellen kannst und er fressen darf. Ein Welpe nimmt naturgemäß alles ins Maul, was ihm vor die Schnauze gerät und dass du ihn voller Liebe mit flotten Fingern am Kopf und Körper durchknuddelst, sieht dein Welpe quasi als Aufforderung an dir zu knabbern. Hilf deinem Welpen sich richtig zu verhalten, indem du ihn betont ruhig mit flacher Hand streichelst, idealerweise am Brust und Rücken. Spürst du die Welpenzähne trotzdem mal auf der Haut, dann unterbricht den Kontakt sofort, gegebenenfalls begleitet durch einen kurzen, spitzen Schrei, den ein Welpe bereits von seinen Wurfgeschwistern kennt. Aber Achtung, manche Welpen stachelt so ein Schrei noch zusätzlich an. Ist das der Fall, dann verlass kurz den Raum, schließ die Tür hinter dir, warte ein paar Sekunden ab, komm zurück und gib deinem Welpen eine neue Chance, sich richtig zu verhalten. Auch dynamische Bewegungen triggern einen Welpen. Rennt dein Welpe beispielsweise deinem Kind hinterher, springt an oder zwickt in Beine oder Füße, dann behalte dein Welpen zukünftig in solchen Situationen angeleint bei dir und belohne ihn mit kleinen Futterstücken, während er deinem tobenden Kind ruhig zuschaut. Nutzt den angeborenen Vollgetrieb deines Welpen. Gehe in sicherer, ablenkungsarmer Umgebung regelmäßig auch mal einige Minuten ohne Leine spazieren. Fall dich ruhig dabei und schau nach vorn in Laufrichtung. Da du den Weg vergibst, lernt dein Welpe, dass es seine Aufgabe ist, auf dich zu achten. Kleiner Tipp, ein Tassenspiegel wie dieser hier hilft dir, deinen hinter dir laufenden Welpen unauffällig im Blick zu behalten. Überholt dein Welpe dich, dann machst du auf dem Absatzkehrt, sodass du wieder vorne bist. Ist dein Welpe schon zu selbstständig unterwegs und verliert öfter mal den Anschluss, dann sichere ihn während der nächsten Wochen mit einer fünf Meter langen, am Geschirr befestigten Schleppleine, damit sich das Verhalten nicht weiter verfestigt. Für die Länge des Spaziergangs gilt grob die Faustregel, fünf Minuten Spaziergang pro Lebensmonat plus Pausen. Während der Pausen, da darf dein Welpe ganz in Ruhe sein Umfeld beobachten oder auch eine Runde dösen. So viel Mühe du dir auch gibst bei der Erziehung, spätestens wenn ein anderer Artgenosse auftaucht, da sind die Gedanken deines Welpen wahrscheinlich nur noch beim Artgenossen. Bring dein Welpen darum bei, von sich aus den Blickkontakt zu dir zu suchen, wenn ein Artgenosse auftaucht. Wie es geht, erfährst du im Beitrag Klickertraining bei Leinenaggression, denn das dort beschriebene Training eignet sich auch, um einer Leinenaggression vorzubeugen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude mit deinem Welpen und wie immer kannst du diesen Beitrag und auch alle anderen bisher erschienenen Beiträge unter www.dorksdv.de nochmal nachlesen oder dir auch ausdrucken. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir und sage Tschüss und Bye Bye.